Große Frage. Da hat ein toller US-Journalist etwas sehr Kluges dazu gesagt. Der heißt Karl Bernstein. Er hat gesagt, Journalisten sollten die bestmögliche Version von Wahrheit suchen, also die bestmögliche Version von Wahrheit. Und so sehe ich das auch. Weil es da draußen ganz viele Fake News gibt, also falsche Wahrheiten und das verwirrt. Ja, aber das braucht Zeit und man braucht Geduld. Und die Geduld haben viele nicht, im Journalismus wie auch im Publikum. Aber die sollten wir uns nehmen. Ganz einfach. Recherchieren, recherchieren, recherchieren. Check, Recheck und Doublecheck. Man kann beides finden, wenn man weiß, wie man danach sucht. Klar, aber am Ende braucht es immer einen Menschen, der das alles kontrolliert. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020